U-Boote Dann ist alles längst zu spät, dann ist, wenn schon nix mehr geht, besuchen sie Europa, solange es noch steht. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atomwild in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich Westwärts neigt und in der Nähe von... Wie muss sich der moderne Tourist in der Zeit des asymmetrischen Krieges in der Welt, was ja sozusagen als dritter Weltkrieg eine vollkommen neue Norm ist, wie muss er sich eigentlich ausrüsten? Wenn Sie mir aber beschreiben, die Ausrüstung des Touristen uniformiert, würden Sie sagen, nein, das ist unnötig. Sondern eher getarnt. Tarnanzug. Ja, vor allem, er muss darauf vorbereiten, das ist mehr eine seelische Vorbereitung, er muss darauf vorbereiten, dass ihm alles passieren kann. Dass es auf die Dauer keinen Ort mehr geben wird, wo ihm etwas nicht passieren kann. Zyakalikapsel im zarten Gebiss? Weiß ich nicht. Bisher waren ja Folterungen eher die Seltenheit und auch Tötungen eher die Seltenheit, sodass eine Zyakalikapsel, die ja nur für den äußersten Fall der Tortur einen Sinn macht, die nicht auszuhalten ist, dass man dann lieber seinem Leben ein Ende setzt. Ausbruchspäckchen, also eine kleine Karte, eine kleine Möglichkeit, Fesseln zu durchschneiden, sozusagen so ein Rettungspäckchen für Touristen? Das ist, glaube ich, alles sehr romantisch. Gasmaske? Alles sehr romantisch. Gasmaske wäre ja bei dem Besuch des Musicals eine Rettung gewesen. Genau. Sie können natürlich jetzt sagen, ich gehe nur noch in ein Musical mit einer Gasmaske. Kann man machen. Bloß vielleicht ist der nächste Angriff dann ganz anders. Muss man ja außerdem üben. Also eine Gasmaske ist gar nicht so einfach zu handhaben. Nein, nein. Also zu benutzen. Nein, nein. Ich glaube, er beeinträchtigt auch den Musicalgenuss. Ja, also bloß, ich glaube, es ist eher, dass man sich seelisch darauf einstellen muss, dass man eben nicht sicher ist. Und wie wollen Sie das machen? Durch Abendkurse? Geben Sie da eine Bescheinigung, dass man einen Tourismusführerschein erwirbt? Nein. Dass man also als besonders befähigter Mann in Extremsituationen zu reagieren, Mann oder Frau? Also ich meine, ich kann nur von mir selbst ausgehen. Ich meine, in der Erkundung von neuen Tourismusmöglichkeiten habe ich die ganze Welt bereist. Ich bewege mich in jeder fremden Stadt so, als könnte ich jederzeit angegriffen werden. Auf leisen Sohlen. Nicht mal auf leisen Sohlen, sondern aufmerksam. Auf jede Veränderung in der Umgebung betrachtend. So ist es. Und muss ein Sinn, muss ein Sinn, das könnte ich für jeden Touristen, ein Leibwächter abstellen. Aber für eine Gruppe, also so wie es einen Hirten und einen Hirtenhund gibt. Das ist natürlich auch eine alte Geschichte, dass natürlich Einzeltouristen gefährdeter sind, als wenn sie in eine Gruppe gehen. Und diese Gruppe könnte doch Wächter haben. Ja, die kann sich auch selbst bewachen, ja. Ich meine, ich würde auch nachts nicht allein durch den Zentralpark gehen. Empfehlen Sie, dass Touristen bewaffnet einher schreiten? Das ist eine Frage der Gesetzgebung des jeweiligen Gastlandes. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten was dagegen haben, dass die Touristen bewaffnet einreisen. Da muss man bei dem einen Land an der Grenze seine ganzen Pistolen und Gasspraydosen und so weiter ablegen, ja. Und kann sie bei der Ausreise wieder an sich nehmen. Ja gut, wozu haben sie sie dann überhaupt mit? Im Flugzeug dürfen sie sie auch nicht haben. Was gibt es für eine Art der Gegenwehr? Doch, man muss darüber schon sprechen können. Ich meine, wenn ich heute in ein Flugzeug steige, muss ich im Hinterkopf immer an diese Möglichkeit des Hijacking, die muss ich haben. Ja, wenn ich am Strand liege, in der Sonne brutzele, ja, dann bin ich nur gesichert, wenn ich meinetwegen zu tausend dort sitze. Aber auch da nicht. Auch da nicht. Und dann muss ich eben auch wissen, in welchem Land befinde ich mich, wie ist die politische Situation in dem Lande. Es gibt natürlich Länder, die sozusagen Terroristen freundlich sind. Es gibt Länder, die gleichgültig sind. Und es gibt Länder, wo Terroristen auch gar keine Chance haben, wo die Polizei sie gleich abfängt, ja. Oder Länder, die so weit sind. Also wo das Terroristenziel mitten in Sibirien, in der Tundra beispielsweise. Ja gut, das wäre der Anfahrtweg für den Touristen zu schwierig. Gut, aber wer will denn in der Sibirien Tourismus machen? Aber die Häuser wären da. Also verlassene Häuser in den Forschungsinstituten der russischen Akademie. Ja, aber das ist ja für mich kein Grund, dort hinzureisen, um mich 14 Tage in die Tundra zu begehen. Um mich für den Tourismus in der Welt zu üben, wäre das natürlich als Schulungszentrum etwas sehr Interessantes. Ja, nur was kann ich da üben? Die Menschheit muss sich auf einen neuen Tourismus erstmal vorbereiten. Was kann ich in der Einsamkeit üben? Üben, mich informieren lassen, wie man diese Seele so stabilisiert. Weil ich sie vorhin sprach, ich muss mich seelisch darauf einstellen. Das heißt, Meditation üben über die Zukunft des Tourismus und die innere Stabilität in einer unsicheren Welt. Ja gut, aber das können Sie nicht als Massenprogramm durchführen für die Touristen. Sondern, ich meine, das ist die Sache der großen Reisegesellschaften, der Tourismusveranstalter. Also Observatorien da, ja in Kaukasus beispielsweise, verlassene Observatorien. Sie können die Stirne betrachten. Moment, also Seele und Check ist nicht verlassen. Das ist durchaus funktionierend, das Observatorium. Das war? Ja. Monotonie, in der Südsee. Melancholie, bei 30 Grad. Monotonie, unter Palmen. Monotonie, unter Palmen. Gibt es eigentlich Völker ohne Tourismus? Ist zum Beispiel Tourismus in China üblich? Ich meine jetzt Mainland. Das ist eine Frage der wirtschaftlichen Entwicklung und des wirtschaftlichen Staates. Natürlich gibt es kaum einen chinesischen Tourismus bisher. Wir hatten auch bis vor kurzem keinen russischen Tourismus. Jetzt haben wir einen massenhaften russischen Tourismus. Das heißt, die ganzen neureichen Schwärmen sitzen in Ratskota Syr. Und die sitzen in Italien, die sitzen in Zypern. Zypern ist ganz berühmt dafür, ja. Und eines Tages werden die Chinesen genauso eine Bevölkerungsschicht haben, die tourismusfähig ist, weil sie genug Geld zum Ausgeben hat. Nämlich ein Plus, was bisher nicht da ist. Eskimos haben keinen Tourismus. Nö, aber ich wüsste auch nicht, ich kenne auch keine Eskimo-Milliardäre. Ja, und wenn Sie leben dort sozusagen, also etwas sonnenfern, aber in Ihren Kanus, in den Eisgletschern und in Fjorden, die durch Eisgletscher gebildet werden, hin und her fahren, ist das ja fast wie Urlaub. Ja, aber für die ist das Überlebenskampf und Nahrungssuche. Und für uns ist das Tourismus. Beide Reiter aus der Wüste Gobi, Touristen? Ich sage hier wieder, die Leute, die dort leben in der Wüste Gobi, müssen dort mühsam sich in den Lebensunterhalt erwerben und haben gar keinen Sinn für Tourismus. Das heißt, sie können Völker nur zum Tourismus führen, wenn sie einen Überfluss aufbauen, der dann durch Tourismus abgebaut wird. Sie sind eigentlich als Tourismusunternehmer so ähnlich tätig wie eine Steuer. Das heißt, Sie zwacken vom Überfluss, von dem sozusagen, was die Menschen verdienen, zwacken Sie ein Stück ab, ein Stück Beute. Ja, aber es ist das Bedürfnis der Leute, ja diesen Überfluss sozusagen zu verbrauchen einfach. Die Erfahrung ist, man kann ihn nicht mit ins Grab nehmen. Also insofern niemals, Tourismusbranche ist kein Abzocker, sondern ein Helfer, Freund und Helfer. Würde ich auch so sagen. Ich meine, das Bedürfnis zu reisen und Geld auszugeben, Souvenirs einzukaufen und es sich wohlgehen zu lassen, ist sozusagen alles Symptome einer Überflussgesellschaft. Was bieten Sie zum Beispiel? Also Verkleidung bieten Sie ja nicht. Das wäre ja nochmal was Schönes. Naja gut. Dass einer in ein fremdes Leben schlüpft. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Man kann das natürlich angesichts der ganz speziellen Lage mit dem Terrorismus einführen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Da ist noch kein Versuch gemacht worden. Die Verkleidung ist immer die, wie nehmen sozusagen die Gastländer eine Verkleidung auf. Denn die Gastländer sind eher ja diejenigen, die sich selbst durch Folklore leicht verkleiden, um dem Touristen was zu bieten. Wenn sich der Tourist selbst sozusagen wie ein Einheimischer gewandet, gleich dort ankäme, verkleidet, würde das vielleicht gar nicht so wohl aufgenommen werden. Dass man gefangen wird, dass man der Gewalt anheimfällt, als eine verkleidete Person, als Römer, als Indianer oder was immer. Ja, ja, weil natürlich diese Verkleidung auch natürlich sofort keinen Schutz, wie man sich einbildet, gewährt, sondern im Gegenteil, einen entblößt. Wenn ich natürlich als Römer in terroristische Gefangenschaft gerate oder Kriegsgefangenschaft, was ziemlich ähnlich ist, stehe ich eigentlich in einer albernen Gestalt vor dem Ernst. Da stehe ich sehr albern und dumm da. Da würde ich mich gerne wieder ganz schnell zurückverwandeln in meine normale Zivilkleidung. Gut, aber das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man dreht den Spieß um und macht also, fliegt genau dorthin, wo die Touristen einen erwarten. L.A. Charterflotte kommt an, die Türen gehen auf, von heraus kommen lauter Terroristen, verkleidet als Touristen, tragen auch alle Waffen bei sich. Und die Touristen wissen gar nicht mehr, wen sie vor sich haben. Man kann das wie eine Halloween-Party aufziehen. Das ist durch ein gefährliches Spiel. Ist das nicht eventuell zynisch, was Sie da sagen? Also ich meine, Sie reden da hier vom unternehmerischen Standpunkt. Genauso gut könnten Sie ja sagen, Sie verkaufen jedem Touristen gleich eine Lebensversicherung. Das würde ich auch tun, nebenbei. Aber ich meine, dann kann er seinen Spaß haben. Schauen Sie, in dem Maße, in dem jeder normale Urlaub sowieso umschlagen kann in einen höchst gefährlichen, durch Terroristen geprägten Urlaub. Also das heißt, man muss jetzt mehr und mehr sowieso damit rechnen, dass kein... Und der Welt mehr sicher ist. ...ist und immer die Gefahr da ist. Dann kann ich sozusagen die Gefahr auch zum Programm machen. Das wäre also sozusagen eine Militarisierung des Touristen. Das heißt, er muss bewaffnet sein, wie der Siedler im Westen der USA, bei der Eroberung des Wilden Westens, ein bewaffneter Zivilist ist. Genau. Und so kann man natürlich auch Tourismus so machen. Und das, was Sie als zynisch bezeichnen, ich meine, zu Halloween kann ich eben wirklich als Terrorist verkleidet irgendwo ankommen, wo ich weiß, dass wahrscheinlich dort Terroristen mich erwarten. Aber Halloween ist ein Spaß. Das ist ein Ritus, so wie Karneval, während das hier doch der bittere Ernst ist. Tourismus war früher auch ein Spaß. Man fuhr in die Sonne, Meer, alles war wunderbar. Es ist nicht mehr so. Dann kann ich es jetzt auch sozusagen bei der Wurzel fassen. An Ernst des Lebens verharren. Ja. Und den zur... Also, was ist eigentlich der Begriff des Tourismus? Das ist die Wegfahrt aus dem gewohnten Leben in eine andere Existenz, damit man durch Abwechslung sich erholt. Genau. Und die Abwechslung war bisher sozusagen, Sonne und Meer und relaxen, was die Deutschen mit die Seele baumeln lassen, immer in ihren Prospekten beschreiben. Und es baumelt aber jetzt inzwischen nicht mehr die Seele, sondern es baumeln die Gliedmaßen. Und es ist eben nicht mehr so, sondern es ist jetzt gefährlich geworden. Das heißt, wir haben nicht mehr das Recht, irgendwo auf der Welt eine Friedens-Oase zu finden. Das ist uns jetzt weggenommen worden. Damit müssen wir uns abfinden. Jetzt ist sozusagen das touristische Ziel der Augenblick der Wahrheit. Ja, und jetzt muss ich sehen, wie ich daraus wieder Tourismus mache. Denn sonst geht die Branche ja kaputt. Also nicht die Außenhaut wird gebräunt an der Sonne, die inzwischen sehr tückisch ist und krebserzeugend wird, sondern der Adrenalinspiegel wird gehoben. Und das ist sozusagen eine Erholung von innen. Ja, und ich meine, das kann durchaus funktionieren. Denn ich meine, sonst gibt die Branche sicher auf.